Namaste, hallo miteinander. Das ist eine kleine Yoga-Sequenz im Sitzen. Ihr könnt gerne auf dem Bett oder auf dem Sofa sitzen, damit man sich auch abstützen kann. Das ist eine Sequenz für obere Rücken, Schultern und Nocken. Idealerweise am Morgen, aber auch gerne mal zwischendurch, um wieder etwas in die Mitte zu kommen. Spüre im Sitzen die Unterlage, spüre die Füsse, das Becken auf dem Polster und verbinde dich mit deiner Atmung. Spüre das Ein- und Aus von der Atmung und beobachte den Moment, die Atmen, das Loslassen und das Ankommen. Nimm beide Arme über die Seite hoch, atme ein und beim Ausatmen die Hände vor das Herz ziehen. Die Atmung spüre und dich mit deiner Atmung verbinden. Dann nochmals einatmen und die Hände hinter den Kopf nehmen. Mit der nächsten Ausatmung auf rechts skippen. Mit der Einatmung wieder in die Mitte und mit der Ausatmung nach links. In die Mitte und ausatmen nach rechts. Spüre deine Seiten, die Öffnung der Rippe und den Atemraum im Brustkorb. Mit der nächsten Ausatmung nach vorne runter und beim Einatmen in eine leichte Rückbeuge den Kopf ganz bequem in die Hände legen. Ausatmen, runde Wirbelsäule und einatmen, das Brustbein zum Himmel strecken. Mit der nächsten Ausatmung dann vorne bleiben und das Gewicht der Arme auf den Kopf abgeben. In den Nacken atmen und die ganze Wirbelsäule öffnen lassen. Mit der Seite ein wenig tiefer gehen und die Arme auf die Oberschenkel legen. Wirbel für Wirbel wieder aufrollen. Nimm die Hände auf die Seite und mach einen schönen Bogen auf rechts. Öffne dann ein wenig zur Seite. Nimm den Blick mit. Hände auf die Seite und gehe wieder nach vorne. Öffne. Abdreie. Ausatmen. Meine Wellen, die ganze Verbindung zwischen Schultern und Fingern gespüren, die Pausen in der Mitte machen, rund, auf den Beinen abgestützt. Wirbel für Wirbel wieder hoch, die andere Seite, den Arm zur Seite nehmen, leicht nach hinten drehen, den Blick mitnehmen und ausatmen, runde nach vorn. Einatmen und ausatmen in Harmonie, in einer weichen Bewegung. Und mit der nächsten Ausatmung, wieder rund, auf die Beine kommen, die Arme abgestützen und im Moment alles loslassen. Wenn es geht, dann noch etwas weiter runter, vielleicht sogar die Hände am Boden und den Kopf richtig hängen lassen. Die Entspannung spüren, das Loslassen von der Wirbelsäule und in dem Loslassen ihn wie von alleine wieder aufrollen, zurück ins Sitzen kommen und die Beine wieder ein bisschen schliessen. Moment noch spüren. Moment noch spüren. Rücken. Wirklich die Wärme rein fliessen. Beim Einatmen. Eine kleine Rückbeuge. Und dann versuche einen Moment zu bleiben. Weiterhin die Atmung unter die Hände bringen. Die Ausatmen lassen. Und in die Hände rein runden. Hier atmen, wieder aufrichten. Und ausatmen, wieder runden. Eine kleine Bewegung. Eine sanfte Runde. Und immer noch die Verbindung zu den Händen gespüren. Die Wärme. Am Schluss dann die Hände vorne über die Beine und die Oberschenkel abstreichen. Ein paar Mal zum Rücken, zu den Knie streichen. Dann die Hände über die Seite hoch einatmen und ausatmen vor das Herz. Die Hände auf die Oberschenkel legen. Den Kopf auf rechts neigen. Den Nacken spüren. Beim Einatmen die Mitte finden. Und dann nach links neigen. Den Nacken loslassen. Das ein paar Mal machen. Dann mit der Einatmen in die Mitte kommen. Und die Schultern nach hinten kreisen. Das darf ein bisschen schneller sein. Ganz geschmeidig. Inatmen. 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 Die Hände über den Kopf nehmen. Und ausatmen. Vor das Herz. Inatmen. Und beim Ausatmen twist nach rechts. Inatmen. 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 Und ihr atmet in die Drehung hinein, lang ausatmen. Ich atme hoch, beide Hände über den Kopf nehmen und ausatmen, auf die andere Seite. Auch wieder ein wenig Spannung hineinbringen, die hintere Hand und die vordere Hand gegeneinander aufziehen und den Rücken in der Mitte strecken. Lang ausatmen. Ich atme über die Mitte hoch und ausatmen vom Herz. Spürt allem ein wenig nach, den ganzen Rücken, welche Schultern. Spürt das Steinsbein, das Becken und die Verbindung mit den Füssen zum Boden. Lass die Atmung wieder ganz alleine ein- und ausströmen. Spürt die Ruhe, die sich ausbreitet. Spürt die Schultern noch etwas los. Spürt die Schultern. wieder in den Raum und öffne langsam die Augen, orientiere dich, bewege dich vielleicht ein bisschen. Ich hoffe es hat dir gut getan. Namaste. Ich hoffe es hat dir gut getan.